Wir alle haben als Kind Caillou geschaut. Aber wisst ihr, worum es in der Kinderserie wirklich geht? Caillou ist der Einzige in der Serie mit einer Glatze. Und die Serie hat so eine komische weiße Umrandung um das ganze Bild. Dazu kommt, dass Caillous Eltern zu ihm viel zu nett sind für die ganzen dummen Sachen, die er die ganze Zeit anstellt. Und die Geschichte wird uns aus der dritten Perspektive erzählt. Die Theorie ist daher, dass Caillou ein krebskrankes Kind ist, was gestorben ist. Die Glatze hat er wegen der Chemotherapie. Die weiße Umrandung in der Serie ist ein Symbol für den Himmel und eine Geschichte aus der Vergangenheit. Und seine Eltern sind so lieb zu ihm, weil sie wissen, seine Zeit ist begrenzt. Ach du Scheiße. Und mach endlich das scheiß Fuß weg. Ich lebe ja schon fast auf deiner For You Page.